graffiti vlog für karlsruhe habe ich mir extra dosen und das zugehör mitgenommen deswegen habe ich mir das alles geschnappt und meine kamera und bin losgefahren ich habe vorher gegoogelt wo es hier legale wände gibt und dann bin ich da erst mal hingesteppt als ich die dann gefunden habe man muss dazu sagen das sind echt viele und es ist echt weitläufig habe ich mir dann eine stelle ausgesucht so dann bin ich dahin und habe losgelegt das man hat wie immer richtig bock gemacht das ist ja irgendwie meine lieblings freizeitbeschäftigung und teilweise auch mein beruf deswegen liebe ich es einfach man kann machen was man will man kann die farben auswählen und die buchstaben und die form und das ist einfach nur ein traum das ist das geilste hobby für mich was es gibt dann habe ich da erst mal schön mein bild gemalt und ein bisschen mit message diesmal habe dann da mein tag am ende noch hingeklatscht und so sieht es aus so dann haben wir da im detail 2022 mein tag fuck war und ein herz love and peace und dann noch das peace zeichen was das o ersetzen soll ja und so sieht das bild am ende aus und wenn es dir gefällt folgt mir gerne und auf insta poste ich noch ein bild ja